Hallo und herzlich willkommen beim Content HQ. Mein Name ist Olli und wir sprechen heute über Spider-Man and New Universe. Und um das festzustellen, habe ich mir den Film wie immer ganz in Ruhe angeschaut, bewusst auf Bild und Ton geachtet und möchte euch jetzt sagen, ob sich diese UAD für euer Heimkino lohnt. Spider-Man and New Universe. Ich gestehe, ich habe den ewig, also ich habe lange Zeit, habe ich den einfach nicht geguckt, weil ich dachte, ach gut, jetzt hatten wir den Maguire Spider-Man, jetzt hatten wir den Garfield Spider-Man, dann kam der Holland Spider-Man und ich mag die alle und jetzt kam noch so ein animierter Spider-Man, der aber gar nicht Peter Parker ist. Und dann dachte ich ja nie, also irgendwas, dann hat er auch noch einen Oscar gewonnen und ich habe es trotzdem noch geschafft, in meiner Ignoranz diesen Film nicht zu schauen und irgendwann im, ich glaube vor, also nicht 21, sondern 20, habe ich ihn dann mal geguckt, als er auf Netflix war und war sehr positiv überrascht, weil dieser Film mit dem, was er ist, diesem Animationsstil, einfach alles ausschöpft, was er zur Verfügung hat und was vielleicht in so einem Realitätsfilm nicht gut umsetzbar ist. Und das war toll. Ich weiß, wir nähern uns dem zweiten Teil. Witzigerweise ist der Trailer zum zweiten Teil erschienen, als ich gerade fertig war, den hier auf URD zu schauen. Das war Samstagabend. Perfekt. Das heißt, wir wissen, es geht weiter. Mir gefiel das hier wirklich gut. Diese URD ist auch ziemlich cool. Gehe ich ja gleich darauf ein, wie immer. Aber ein paar Eckdaten. Der Film wurde Regie geführt von, ich lese hier einmal ab, weil es sind drei Namen, Bob Percy Jetty, Peter Ramsey und Rodney Rothman. Erschienen ist der Film 2018 und hat eine Laufzeit von 117 Minuten. Ist also auch schon ein paar Jährchen älter und er hat diesen, also er hat einen für mich einzigartigen Animationsstil, weil er wirkt so, ja so raw, so nicht unfertig, aber so grob. So grob. Weil er teilweise halt immer wieder diese Comic-Attitüden hat, diese Schlieren, die da drin sind. Also es ist ganz schwer zu beschreiben, merke ich gerade. Aber dieser ganze Stil. Ich verstehe, wenn man sagt, man fängt diesen Film an und man merkt, wow, das ist es gar nicht für mich. Ich war, also ich war zu Hause. Das war so wild und so durch. Das war perfekt. Dann teilweise noch so Comic-Sprechblasen, die eingeblendet werden oder so bestimmte Sounds, die man aus Comics sonst nur kennt oder aus Zeichentrickfilmen oder Serien. Und das war wirklich cool. Also, ja, wirklich einfach super unterhaltsam und mit den Möglichkeiten, die man hatte, toll gespielt. Der Charakter, Miles Morales, kurze Handlung, ja. Der kommt an eine neue Schule. Sein Vater ist Polizist, mag Spider-Man nicht besonders. Das haben irgendwie die Polizisten in Spider-Man alle an sich, glaube ich. Und Miles, ja, trifft ein hübsches Mädchen, was ihm gefällt. Und er hat einen Onkel, den er mag und mit dem er irgendwie nachts loszieht. Und er ist super kreativ. Da macht er so Graffitis an die Wand und so. Und bei diesem Ausflug wird er von einer Spinne gebissen. Und dann ist es halt so, es gibt auch Peter Parker hier, aber der ist nicht so lange da. Und dann gibt es einen Unfall. Wir haben Wilson Fisk hier, den ich tatsächlich, ich bin nicht in den Comics drin. Und ich gucke alles, was mir so, was so hier vorbeikommt. Deswegen kannte ich Fisk bisher tatsächlich nur aus diesem mittelguten Daredevil-Film mit Ben Affleck von 2002, 2003. Und natürlich jetzt auch aus meiner Sicht hervorragende Netflix-Serie Daredevil. Da ist er ja der Hauptantagonist und von Vincent de Nofrio gespielt. Also, ich will eine vierte Staffel. Ich bin so traurig über diese abgesetzten Netflix-Serien. Ich will Punisher Staffel 3. Wirklich. Also, wenn ich eine Serie zurückhaben kann, dann ist es Punisher Staffel 3. Und gleich danach Daredevil Staffel 4. Hier. Und daher kannte ich Vince den Fisk. Und der ist auch hier bei Spider-Man dabei. Und ist hier unser großer Feind. Es gibt auch noch ein paar andere. Es gibt auch Doc Ock ist auch dabei. Und die haben eine Maschine entwickelt, um in andere Universen reinzuspringen. Wir haben also Multiversen. Ich weiß nicht, wie schnell hier nach der nächste Spider-Man kommt. Aber Multiversen sind da definitiv ein Thema. Dementsprechend fand ich es spannend, dass wir das hier schon vor drei Jahren aufgemacht haben. Weil hier sind definitiv mehrere Spider-Mans da. Ich drücke immer noch die Daumen. Also, zum Zeitpunkt, wo ich das hier gedreht habe, weiß ich auch noch nicht mehr als ihr. Ich hoffe, dass ich in zwei Wochen aus dem Kino komme und sage, drei Spider-Mans. So. Wow. Ich drifte heute ab. Das alles ist aber super unterhaltsam. Wir kriegen einen Haufen Spider-Mans. Diese unterschiedlichen Spider-Mans sind super. Ich gehe da nicht weiter drauf an, weil ich will euch nichts wegnehmen. Aber das ist ein großer Spaß. Aber halt auch diese Origin-Story von... Ach, die Origin-Stories. Aber auch die von Miles Morales ist cool. So. Kommen wir zum Bild. Das Bild ist auf Blu-ray und UAD einfach schon richtig, richtig gut. Wie gesagt, das ist halt dieser spezielle Stil. Aber wie stark die Farbe leuchtet, die Kontraste und wie halt sowieso mit dem ganzen Bild und mit dem allem, was wir zur Verfügung haben, gespielt wird, finde ich einfach mega gut umgesetzt. Und im Bild haben wir... Wir haben tolle Kontraste, wir haben super Farben. Also die Farben, die erschlagen einen, weil es halt so gewollt ist. Und haben dann auch eine tolle Dynamik im Bild. Ich meine, das Bild ist animiert. Dementsprechend ist es wirklich sehr hochwertig animiert. Und das sieht wirklich zu jeder Zeit sehr gut aus. Ich habe... Also ich würde sagen, nahezu perfekt, aber jetzt nicht wirklich vergleichbar mit irgendwelchen Realverfilmungen. Natürlich nicht. Aber wie gesagt, tolle Kontraste durchs HDR. Setzt sich das Ganze toll ab. Ist auch sehr dynamisch. Schwarz, sehr schwarz. Und wir haben sehr intensive, leuchtende Farben. Beim Ton fängt der Film richtig an zu glänzen, weil auch hier, ich habe es vorhin schon gesagt, alles an Sounds mitgenommen wird, was wir zur Verfügung haben. Von überall kommt etwas. Wir haben alleine dieses Seilabschussgeräusch oder bestimmte Comic-Sounds oder diverse Effekte. Das kommt von allen Seiten und das wird auch über die Atmos-Lautsprecher toll mitgenommen. Denn wir haben eine englische Atmos-Spur. In Anführungszeichen leider nur eine deutsche DTS 5'1 HDMA. Aber die englische Atmos-Spur, auf die gehen wir mal zuerst ein. Tolle Dynamik. Wir haben super viel Wucht. Wenn da was in die Luft fliegt, da setzt der Bass so früh ein. Wir haben so viel zu tun. Rundherum ist so viel los. Wir haben super viel Dynamik. Es ist insgesamt sehr einhüllend. Also auch die Atmos-Lautsprecher werden an vielen Stellen toll mitgenommen. Hatte da jetzt nichts großartig, wo ich dachte, wow, das war irgendwie seltsam. Aber es ist akustisch und vom Visuellen sehr eindringlich und sehr fordernd. Aber das mag ich, weil, wie gesagt, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, die Möglichkeiten einfach genutzt werden, die man durch so einen Animationsstil hat. Und das war toll. Die deutsche Spur hat auch ordentlich Wucht. Der Bass greift vielleicht nicht ganz so tief und wir haben nicht so viel Dynamik wie in der Atmos-Spur, weil das ist nicht viel Unterschied. Also wirklich nicht viel. Klar fehlt uns jetzt hier die Top-Ebene, aber auch mit der deutschen Spur macht er jetzt hier nichts verkehrt. Kommen wir zum Pro und Contra. Auf der Pro-Seite haben wir ein tolles Bild. Zu jeder Zeit leuchtende Farben, tolle Kontraste, schönes Schwarz. Und ja, also einfach die gesamten Kapazitäten, die man hatte, toll eingesetzt. Wir haben eine englische Atmos-Spur, die super viel Wucht hat und also wirklich überall war und mit das Beste war, was ich bisher hier hatte. Die deutsche Tonspur ist vergleichbar gut, wenn aber auch nicht ganz so weitreichend wie die Atmos-Spur. Also einfach ein paar Striche überall weniger, aber immer noch sehr, sehr, sehr gut. Gerade für eine deutsche Spur war da immer noch viel Wucht hinter. Der Blu-Ray-URD-Vergleich. Für mich macht es hier nur die Tonspur und nur, weil wir dadurch die Tops mit dabei haben und ein bisschen mehr Wucht. Und ich habe, glaube ich, auch nur, das war nicht teuer. Ich glaube, die UAD hat 15 Euro gekostet. Und wenn man sie zu dem Preis bekommt, ist es für mich die UAD. Ansonsten, ihr habt auf der Blu-Ray auch eine DTS 5.1 HDMA, englisch und deutsch. Also das heißt, fürs Deutsche tut sich gar nichts. Ihr habt also nur diesen Unterschied im englischen Ton und ein bisschen mehr Farbe und ein bisschen mehr Kontraste als jetzt auf der Blu-Ray. Aber das ist also marginal. Egal, dadurch, dass der Preisunterschied aber nicht besonders hoch ist, ist es für mich persönlich die UAD. Aber einfach auch nur deswegen, weil ich die Atmos-Spur wirklich, wirklich sehr mochte. Sehr viel Spaß gemacht hat. Und ja, aber das ist meine ganz persönliche Entscheidung. Ansonsten tut es die Blu-Ray-URD, die ist hervorragend. Wenn ihr deutsch guckt, sowieso. Also sobald ihr deutsch guckt, der Ton ist identisch und ihr habt einfach im Bild einen Tacken weniger Leuchtkraft. Aber ey, das macht es nicht. Wenn ihr die Gebrauch für 3 Euro irgendwo kriegen könnt, das ist nicht der Unterschied, der das wert macht. So, mein Fazit ist also, auch das zweite Mal gucken hat mir sehr viel Spaß gemacht von diesem Film. Ich wundere mich immer wieder, wie ich es schaffe, jahrelang Filme nicht zu gucken, die hinterher für mich zu den Filmen dazugehören, die einfach so viel Spaß machen, so unterhaltsam sind und dann auch auf UAD so eine tolle Leistung bringen. Also der bleibt definitiv bei mir, hat sehr viel Spaß gemacht und toller Film, tolle UAD mit einer sehr guten Blu-Ray. Das war es von mir für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ihn gerne, gefällt mir da, dann merke ich auch, dass es euch gefallen hat. Ansonsten lasst uns gerne kommentieren. Vielleicht ist Spider-Man ja jetzt auch schon erschienen. Nicht spoilern. Habt ihr den Film gesehen? Wie gefiel euch denn? Also der Film, der New Universe, wie hat er euch gefallen? Und freut ihr euch schon auf den zweiten Teil? Ich glaube, er kommt im Oktober. Danke für eure Zeit heute. Bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Woche und danke. Ciao.